so ganz kurz ganz kurzes video mir ist ein fehler aufgefallen ich weiß nicht ob es bei anderen auftritt ich habe hier die level auswahl hier bei der level auswahl schmiert mir so das wäre ganz normal level auswahl problem ich muss mal herausfinden weil bei mir schmiert das auf dem handy ab irgendwo ist ein fehler in der level auswahl und ja dann schmiert das halt ab und da muss ich erst mal schauen was ich weiß nicht ob es bei jemand anders geht oder ob das jetzt nur bei mir ist der fehler ist mir leider durch die lappen gegangen ja gut so ist auch schön